Was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut. Heute spiele ich Star Wars Battlefront mit Chris. Hallo. Ich hoffe, ihr hört uns beide gut. Ja, sollte. Okay, also, ich hab mal wieder... Kann man die Musik irgendwie ausstellen? Die ist so laut. Meine ist schon aus. Wie geht das? Ähm, Audio bei ganz... bei Optionen. Ach, da. So. Nö, warte. Jetzt hab ich alles. Okay, also wir können eine Runde davon, weil du wolltest. Ja. Und Leute, für meinen Kanal. Ich bin schon am versuchen, Videos auf meiner Xbox zu machen. Ich bin an der Arbeit. Schreibt doch gerne in die Kommentare, wer euer Lieblingsmensch ist. Oh ja, ich hab keine. Hä? Ich hab doch X gedrückt. Dann nehm ich oberfett. Dann nehm ich oberfett. Dann nehm ich oberfett. Ich glaub, wenn wir ein paar Runden von diesem Modus machen, dann könnte ich wahrscheinlich... Ähm, Level 41 mit Darth Vader, also noch 6 Level, aber dann kann ich so... Okay, wir spielen noch, bis ich Level 41 bin, okay? Mhm. Mit Darth Vader. Okay. Ah, die Map ist auch gut. Willst du mit mir bleiben? Ich bin Vader. Okay. Okay. Okay, ähm... Han könnte dein Gegner sein. Ja. Ja. Und da. Let's go! Oh! Die Schiffraketen! Die Schiffraketen! Die Schiffraketen! Voll verpasst! Ich hab wirklich... Jo, was schon? Ich helf dir! Luke, pass auf! Ich bin bei dir! Ich hab... Oh Gott! Ich wurde gepusht! Ich bin tot! Woah! 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 Ich helf dir! Los! Ich bin tot! Woah! Ich bin tot! Es gibt's Rache! Ich moan... Ich helf dir! Hallo Yoda! Wie geht's? Ich brauch Hilfe mit Han! Woah! Oh mein Gott, Yoda! Ja, oh moan moan! Han ist gleich tot! Ich bin tot! Ich hab Han! Han ist tot! Ich komm zu dir! Ich hab Yoda fast gekillt! Aber... Woah, 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 woah! No, ich kann's machen! Ja, ich kann halt nicht Kylo sein! Ja, weil ihr macht so Kylo ist, ne? Hinter dir! Bei mir ist Luke! Woah, 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 woah! Wie? Han! Ich bin tot! Ich helf euch! Ich hab viel Schaden gemacht! Jetzt war ich noch grad viel! Ich bin vielleicht nicht so nah! Ja! Ich scan's für euch! Ich kämp' grad nicht endlich! Ich helf grad mal mit Luke! Oh Gott! Oh Gott! Ich muss immer da Han kommen, wenn ich gegen jemand kämpfe, ne? Ich komm zu dir! Hinter dir! Oh! Oh! Oh nö! Luke ist bei mir! Hilfe! Ich komme! Ich bin tot! Yes! Jetzt! Jetzt! Können wir mal! Ich bin auch voll gut mit einem! Unser Level! Also eine Demonstration! Oh! 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 So! Luke ist schon tot! Anakin! Ähm! 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 Ich mein mich! Ähm! Hallo Yoda! Wie geht's? Hallo mich! Yoda ist vielleicht tot, Brody! Der ist so! Lost! Ich hab den Yoda schon dreimal nach Heil gekillt! Wow! Ich wurde runtergepusht! Von irgendjemand! Von Luke! Hä? Ich bin irgendwie in der Luft gespawnt, aber egal! Oh! Ah! Was hat so los? Äh! Ah! Oh! 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 Johannes tot! Ich hab 45 HP, das ist nicht so schön! Ich muss unser Felsma helfen! Du und ich bekämpfen gerade Luke. Und ich habe 6 HP. Ich habe deinen Rücken. Unser Phasma braucht Hilfe. Ich mache gerade Luke. Du kommst gerade. Also Anakin. Ich will den ersten Platz auf uns suchen. Wow. Die Vitali Yoda ist so ein aggressiver Spieler. Wenn ich einfach von hinten komme, der wird immer stärker sein. Oh, ich habe Anakin runtergeschubst. Hallo Luke, wie geht es? Ich komme. Ich habe gerade gesagt, hallo Luke, wie geht es? Alles gut? Au, au. Ich kämpfe gerade gegen mich selbst. Ich kämpfe gegen Finn und Yoda. Ich bin tot. Schade. Ich kill mich gerade sehr. Ich kill mich gleich. Wir verlieren mit einem Punkt, aber das ist nicht so schlimm. Der ist so schlau. Der ist so schlau. Der Anakin ist so schlau. Hast du dich runtergepusht? Ich habe es gesehen. Er ist fast auf den Net gesprungen und hat er nicht nur mitgezogen. Nein, ich wollte gerade hier einfrieren. Oh nein, dann wurde ich von irgendjemand hinten weggepusht. Moin. Let's go. Unser Fesma hat gerade Yoda gekillt. Fesma ist halt okay, ne? Oh nein, unser Luke. Oh mein Gott, dieser Luke. Komm, jetzt kannst du nichts machen. Oh nö. Oh, Han. Ich gehe zu unser Fesma. Der ist so wie Wan. Wow, 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 wow. Wo komm? Han, Han, sterbe. Han, sterbe. Luke bei mir. Ich komm. Brücke gerade, Knöpfe. Hallo Yoda. Oh Gott. Da ist Han noch. Au. Au. Oh mein Gott. Au. Ich wurde gerade voll mit Maul weggepusht. Wow. Hallo Luke. Ich bin blau, Leo. Das ist nicht der aufgekommen, ne? Ja. Ich wurde gerade... Auch Sneak ist wohl gekillt. Wer ist das? Wir gewinnen gerade. Ist voll gut. Ich mache gerade die Kills. Luke kommt. Luke, komm mal zu mir. Oh nein, das ist ein Chewbacca. Wir haben ein Chewbacca. Dein Kind ist... Hat viel Schaden bekommen. Au. Da ist der Chewbacca, Leo. Chewbacca ist nicht cool. Ey, bei mir sind es zwei Menschen. Ich bin da. Und ich bin tot. Ich bin hinter dir. Ja? Du hast das hier nicht gewinnen. Alles gut. Ich bin da. Tot. Tot. Wow. Wo kommt der denn her? Pass auf. Du bist da gekommen. Komm, jetzt kämpfen wir. Tot. Au. Chewbacca. Au. Tot. Ähm, Lando hat mich gerade gefehlt. Oh, Lando? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber die hat zwei Kilometer gewonnen. Ich habe Lando eingebrannt. Lando tot. Nur noch einer. Oh, diese Ray. Oh, wow, 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 wow. Ray hat mich gekillt. Gut, aber wir haben gewonnen. Gut. ich bin erster nicht außer also auf unser thema ich bin zweiter im ganzen stil ich habe gedrückt ich auch so ich habe jetzt mal guckt ob ich bin tschuldigung 12.000 xp das kann ich schaffen und dann bin ich noch level ab ich krieg ich glaube ich einundvierzig mit dings richtig das weißt du weil wenn man 41 ist das level das weißt du ich nehme eine könne war ich bin Wir haben eine Ray. Wir haben eine Ray. Okay, let's go. Ach so, da. Let's go. Let's go. Hat man mich noch? Ja, ich halte mich noch. Ich halte mich noch. Verlass mich nicht, Leon. Au, au, au. Oh mein Gott. Zu dir kommt niemand zu dir. Zu dir kommt niemand zu dir. Au, au, au. Oh mein Gott. Oh Gott, ich bin blind. Ich seh gar nix. Ich bin tot. Boba Fett hat mich hops genommen. Boba Fett camp da oben, Chris. Wie? Warum bin ich... Jetzt bin ich na klar Leia. Okay, dann spiel ich halt mit Leia. Leia ist halt nicht Kacke. Wow, Boba Fett chill. Ich hab Boba Fett gekillt. Ey, ich weiß nur, dass du weißt, dass du siehst. Ich mach mal mal ein Schild. Ich hab mir fast gekillt. Wow, 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 wow. Ich mach was, einen Moment. Ich mach was. Ich mach was. Ich mach was. Wo ist der mit Anakin? Ach so, der mit Anakin. Sie ist okay, aber ich nehm lieber mein Name. Ich nehme ihn auf helle Seite. Ich liebe Anakin. Oh mein Gott, bei mir ist jeder. Ich komme. Ich bin schon lange nicht tot, Leo. Schade. Jetzt ist das, ne? Ich hab's gezogen. Was ist mit euch? Ich hab fast zwei Menschen gekillt. Ich kill gleich Maul. Maul ist gleich tot. Oh nein, jetzt nicht mehr. Wenn Vader kommt. Ich kann nichts machen, wenn Vader noch kommt. Ich hab Kylo. Maul ist gleich tot. Wo, 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 wo. Vader, Vader, Vader. Guck, ich kann, ich kann nicht blocken. Ich hab den alle trotzdem nicht angemacht. Maul ist so low. Ich hab grad drei Menschen gekillt. Oh nö. Ich hab die alle low. Was ist zu dir, Leo? Ich hab die alle low. Gemein, Kombi. Gemein, Kombi. Ich hab jetzt. Mal, Leo. Oh, pass auf. Obi-Wan, Obi-Wan, Obi-Wan. Oh, Hilfe. Ja, ich bin BBA. Das Ding. Wow, 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 wow. Pass auf, ich kill ihn. Es ist low. Tot? Oh nein. Das, da ist er. Push ihn. Ich werd jetzt angerufen. Ich kann nicht. Ich will auch immer mich anrufen. Ich mach grad Schaden. Oh nein, ich bin so. Oh so low, Chris, komm, komm, komm. Hab ihn. Ja gut. Da ist Boba Fett. Irgendjemand hat mich gekillt. Das ist Boba Fett, der dich gekillt hat. Oh, hallo, Kylo. Willst du wieder sterben? Brauchte Verstärkung. Oh. Nö. Ich hab Boba viel Schaden gemacht. Ich kämpf grad gegen Kylo. Ich geh die Option aus. Oh, nö. Ja, klar kommen jetzt noch Duco und Vader. Ja. Man, Versteckung kommt schon. Oh ja. Drei Menschen sind zu mir gekommen. Ich hab Vader, aber ich bin tot. Ich bin Chewbacca. Ich hab Kylo. Jetzt noch, ich komme. Da vorne ist, da oben ist Boba Fett. Ich schieße in seinen Rappen. Oh, ich bin der Weg. Von wo, von wo? Ich bin blind. Und jetzt kommt noch Kylo. Ich zieh einfach mal. Oh, drei Menschen sind das. Das ist nicht cool. Gar nicht cool, gar nicht cool, gar nicht cool. So, jetzt gehen wir so mal rein. Äh. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Ich bin da. Ich bin da. Vader ist weggepusht. Bei mir. Jetzt kommt noch Na klar. Duke, warum gehen alle auf mich? Was haben die für ein Problem? Nein. Ich hab Kylo. Ich komme. Nur wissen. ardı. Wo, 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 wo. Sorge mal. Ich komme schon. Da kommt Vader. Buba Fett ist so nervig. Ich kann nicht machen gegen alle drei, Brody. Ich weiß, das ist voll nervig. Du kämpfst, als das ist gegen einen und dann kommen noch zwei andere. Jetzt kann der Spaß anfangen. Ich habe dich schon mal gekillt, Vader. Oh Gott, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ich bin gleich da. Ich bin tot. Ich bin schon tot. Kylo Ren ist gerade gestorben. Und dann bin ich da, bin ich schier. Vader ist auch tot. Jetzt nur noch du, Kuh. So, auch tot. Oh, moin, moin. Ich will mit dir laufen. Guten Tag. Da vorne ist Kylo Ren. Die, Leo, die geht drei auf ein. Das ist denen ihre Strategie. Wir müssen drei auf ein gehen machen. Was sagst du, Kylo, dass die verloren haben? Dann guck, die hat so eine Strategie, wo die auch mehrere auf ein... Nein, Vader ist so low. Ja, gut, 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 gut. Oh, nö, wir verkacken gerade. Richtig. Das ist mal, endlich mal Zeit. Das sind so viele Leute. Wo kommt denn Moll her? Können die mal... Oh, Mann. Oh, oh Gott. Ich kämpfe gerade gegen Moll. Und das... Nervt mich. Können wir einfach für uns jetzt hinternschlossen. Danke. Ich komm. Wir pushen jetzt drei gegen einen. Okay? Okay. So, so machen die. Kurz. Müsste ich auf anderen gehen, während wir Rey helfen und gleich hier. Ich zieh Kylo. Wir sind ja alle auf eins. Tot. Proberfett, komm her. Hinter uns schlzt Moll. Komm her. Wir machen ja gerade Moll. Moll, slow bei dir. Moll, go. Pudi, wir machen das, wenn wir zusammen sind. Ich bin gleich tot. Ich kann nicht blocken. Das ist gar nicht schön. Ich kann nichts machen. Ich komme, ich komme, ich komme. Proberfett, kommst du mir? Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Du und alle anderen. Ich hasse das. Ist das Kylo? Ja. Obi-Wan und ich bekämpfen gerade Kylo. Ist das Kylo? Du schlug, greif mich aus. Ist das Kylo? Ist das Kylo? Ist das Kylo fett? Nein, 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 nein. Adios? Oh, ich bin gleich totkürst. Ich brauche Hilfe. Kommst du? Hallo? 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 Kannst du noch reden? Ja, ich bin gleich. Einen Moment. Wegpushen. Ziehen. Und wegrennen. Wow! Oh mein Gott, wo kommt der denn her? Kannst du mal aufhören, mich anzugreifen, Moll? Nö, wir haben verkackt, glaube ich. Vielleicht nicht, also wir dürfen einfach nicht mehr sterben. Wenn wir das noch gewinnen, das wäre richtig krass. Wir müssen einfach auf alle einmal, alle auf eins pfuschen. Die versuchen auf den zu gehen, wo er so geschwächt ist oder so. Wir müssen zusammenbleiben. Oh! Wer hat mich gezogen? Ich werde erwürgt. Nein! Gutes Spiel. So, hast du Ding gemacht? Viereck. Einen Moment. Ich muss kurz aufs Klo, Leute. Ich auch. Einen Moment, Leute. So, ich bin wieder da. Wir sind böse. Komm, Schleck. HiLoka, bitte, bitte, bitte. Jawoll. So, ich bin wieder da. Ähm... chris ist nicht in die runde gekommen cool jetzt mal ohne ihn weiß ich nicht ganz verlassen einfach weil ich kann ich sein ja 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 Let's do this! Leo? Ich hasse dich. Oh, falscher Mensch, bruh. Falscher Mensch. Wie lost bin ich? Sehr. Guck mal an unser Mates Imperator. Warum haben die schon Kills? Unsere Mates? Und Punkte? Gute Frage. Vielleicht weil die von letztem ein neues Spiel gemacht haben in der letzten Runde. Zwei Spüler brauchen wir. Zwei Spüler. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Endlich geht's mal los. Wir sind nur zu dritt. Ah, nee. Unser Imperator ist nicht gut, weil der hat die epische Skin. Das heißt, dass er nicht ein guter Imperator wahrscheinlich ist. Was ist, wenn ihm der Skin einfach gefällt? Ja, also viele Menschen nützen sich einfach nicht. Ja, und? Ich sehe sie. Ja. Anakin. Oh, Skinwalker. Skinwalker. Anakin's Skillwalker heißt das. Skillwalker. Anakin's Skillwalker ist leicht rot. Anakin's Skillwalker ist leicht rot. Anakin's Skillwalker ist tot. Wie konnte der mich angreifen? Anakin's Skillwalker ist tot. Die Tete, die Tete, die Tete. Der macht der dunklen Seite. Hallo, Obi-Wan. Hallo? Hallo, der. Ich bin selber beschäftigt. Ich hab doch Kreis gedrückt. Warum weicht der nicht aus? Ich kann nix machen. Warum spawnt man so weit weg? Ich hab alle vier erwürgt. Ich mach so viel Schock zu jedem. Ich bin tot. Es ist so doof, dass man so weit weg spawnt. Eingeprongen? Yoda ist tot, aber Obi-Wan war richtig low. 8 HP. Obi-Wan ist gleich tot. Ich push Obi-Wan, wie verrückt. Anakin kommt. Nicht, wenn ich ihn... Ja, er konnte einfach früher anziehen wie ich. Er ist die Wolke. Tschüss, Obi-Wan. Hallo, Yoda. Wie geht's dir? Au. Au, au! Luke? Das ist die Wolke. Luke, kannst du aufhören wegzurennen? Ich zieh ihn. Ich zieh ihn. Einkommen. Rot. Go. Oh, wie geht's denn so? Hab Yoda? Obi-Wan ist gleich tot. Obi-Wan tot. Und ich krieg grad die Kill. Oh, nö. Jetzt ist Rey da. Ich hasse Rey. Die ist so nervig. Ich muss ein Brotter wegzurennen. Jetzt sollt er weg, wenn ich komme. Ich hab Rey. Ein Brotter sterbt nicht. Gut. Bereit machen. Sie werden uns ködern. Seid so. Anscheinend bin ich jetzt hier wie ein Star Wars-Geraden. Was? Ja. Keine große Wahrheit. Au. Sinnlos. Au, ich hab nicht gepusht. Komm her, Brudi. Au. Dein Sohn nervt mich voll. Du bekämpfst halt Yoda. Mich bekämpft dein Sohn. Und er hat mich hops genommen. Hab endlich Yoda. Ich seh Mr. Mein Sohn. Er ist gleich tot. Du wirst keinen schönen Tod. Wo sind denn jetzt alle? Wie zerstören die eigentlich? Wir sind bei mir. Der Imperator der Vernichtung schlägt wieder zu. Der Weg zur ultimativen Fahlerei ist zu 50% abgeschlossen. Ich bin grad gar kein Scham. Ich fordere mich nicht heraus. Ich seh sie. Da ist Yoda. Du bist allein. Da ist sie, Yoda. Ausgebe. Ich mach Yoda. Yoda. Die machen Yoda. Yoda? Tot. Da vorne ist Lendo. Hallo? Danke. Ich selbst ist tot. Wo ist denn? Das ist. Tot. Ich hätt mal Zuku hier. Eingefroren. Tot. Hallo Yoda. Hallo Yoda. Hä? Yoda war grad voll unsichtbar bei mir. Das ist nur einmal geschraubt bei. Niemand hat das Scham. Und bei mir ist Lendo. Und Anakim. Anakim. Irgendjemand hab ich grad gekillt. Ich weiß nicht wen. Oh, er ist grad noch so gestorben. Wow, 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 wow. Das geht aber nicht. Wir rackten die grad. Guck mal, wie wir vorne liegen. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Das ist dein letzter Block. Ja, okay, also ich glaube, das wird für mein Video sein. Was wird es für dich sein? Ich mach noch. Ich muss halt was machen. Ich muss was machen. Deswegen muss ich es hier enden, Leute. Aber tschüss für mich. Mein Video wenigstens. Tschüss. Okay, tschüss. Also ja, Leute. Ähm, wir können noch. Also ich kann auf meinen Kanal noch machen. Zweiter Platz wurden wir. Oh, scheiße, meine Flasche ist leer. So, Leute. Oh, scheiße. Vielen Dank. Vielen Dank. So. Wir sind lieb und... Na klar. Wurde Anakin weggenommen. Dann nehme ich einfach Luke. Oh, oops. Oh, die Flasher-Matsby-Dat. Oh, shit. Oh, das wird kritisch. Dann deaktiviert die Empathie-Protokolle, denn heute ist euer Glücks-Tag. Warum musst du direkt auf mich gehen, Vader? Wow, 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 wow. Schönen? Unglücklicher Schaffer grüßt als erstes unsere Helden. So die Lehren nicht gefunden. Pazifisten zu anlegen die Konkurrenz. Hallo, moll. Wow, 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 wow. Das geht aber gar nicht. Oh Gott. Ow, ow. Komm, 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 komm. Nein. Adios. Hallo, Boss. Hallo, Boss. Was gehört von mir? Ich seh nix. Wo war fettig da? Schreit! Woa, woa, woa! Bleib fachsam! Sichert unsere... Nein! Wo ist denn da jetzt in der Galle? Ja genau, wie schnell hätt's ein Jetpack aus! Woa! Nö! Lass mich mal nur rück... Woa! Ich hab... Oh nein! Judas ist tot! Au! Mann, ich will Anakin sein! Nein! Dein Leben binde! Es reicht! Hast du verstanden? Ihr konntet meinen Meister ebenso je jedoch... Ah! Hallon ist mal tot! Es gibt kein den Kopf! Nein! Oh Gott, oh Gott! Der Kampf geht weiter, bis sich aber Kills um 50% erhöhen! Oh! Oh, hat er verlassen? ich glaube schon Wo sind die? Da. Ja, wirklich. Was? Die epische Serie von Ausschaltungen, Jodat. Nein! Wow, wow, wow! Wow! Ja, die Gegner haben richtig kratzes Level. Wow, 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 wow! Das ist ein General. So nervig. Ja, drei Menschen auf mich. Ja, cool, cool, cool! Nicht euch! Nein, Imperator war so low! Wir gewinnen, Graf. Ich, äh, den General. Dieser General ist so nervig. Könnt ihr mal aufhören, mich anzugreifen, bitte? Hä? Hä? Wie wurde der nicht zurückgepusht? Hä? Nein. Wie kann der mich angreifen in der Luft? Hallo, Vader! Wow, 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 wow! Äh, Kylo Ren? Wie geht's dir? Boah, jetzt wäre ich schon wieder buberfett. Das ist nicht so schön. Müssen alle auf mich gehen? Ja, alle gehen auf mich? Cool! Wo sind denn die anderen? Was hast du gegen mich, Kylo? Geh mal weg! Wenn jetzt wieder der General kommt, dann raste ich aus. Oh, Kylo, das ist meine Rettung. Autsch! Ich raste hier doch noch aus bei diesem dummen General. Jetzt kommt noch Morl und Vader. Ja, cooles Spiel. Geil! Geil! Wo ist Anakin? Wo ist Leia? Wo? Machen die Urlaub oder was? Das ist was? Nooo! Nein, schade! Das war das. Nein! Nein, nein, nein! 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 Also ja, danke, dass ihr zugeschaut habt, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.